Musik Hallihallöchen und willkommen zu einem neuen Part von Tomb Raider A Survival Is Born. Ja, in dem letzten Part haben wir ja den Rucksack von Ross aus diesem Wolfslager, sag ich jetzt mal, aus der Wolfshöhle geholt. Und jetzt müssen wir dort hoch auf den Funkturm, um das Signal zu senden, um den Notruf zu senden. Puh, das wird eine ordentliche Kletterparty, denke ich. Und wer weiß, was bis dahin noch so alles auf uns zukommt, ich will es gar nicht wissen. Ich würde sagen, wir machen uns einfach mal auf den Weg und wir kriegen das hin, wir schaffen das. Und wir sollten das ja erstmal hier an der Wand ausprobieren mit dem Klettern. Okay, springen und E. Alles klar. Ah, gut. Das ist, erscheint mir im Moment noch ziemlich einfach. Was war auf der Labe? Und hab. Sehr schön. Gut, das funktionierte doch schon mal ganz gut. Klettern war doch gleich mal so weiter. Ah, Moment, war hier nicht irgendwo, nee, die war da oben, die Höhle. Genau. Dieses Grab. Wer weiß, was wir da finden. Vielleicht Munition oder Pfeile oder was weiß ich was. Wobei wir da, glaube ich, auch noch voll ausgerüstet sind. Oh je, wie kommen wir denn jetzt weiter? Okay. Richtung grauer Felswände drücken und dann wieder E. Mann, Willi, kommt unter. Wenn wir vorm Bildschirm sitzen, sehe ich nämlich gar nichts. So. Hopp. Oh, ja, gut. Gut, 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 gut. Das funktioniert. Hier war diese Höhle, genau. Ich hoffe, dieses Grab, beziehungsweise ich hoffe, wir hier drin erwarten uns nicht irgendwas gefährliches. Brrrr. Gut, das war einfach. Oh, sie entzündet selbst die Fackel an. Das macht sie automatisch, alles klar. Wahrscheinlich, wenn es dunkel wird. Gott, äh. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Hallo, ihr Arme. Findet man hier irgendwas? In Geocatches oder sowas? Den anderen Weg nehmen wir nachher zurück, falls wir dort überhaupt zurückkommen. Ich weiß nicht, wo uns dieses Grab hinführt. Okay, Moment. Ich will mal gucken. Nein, hier ist auch nichts. Okay. Grab der Unwürdigen. Oh, 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 oh. Wir haben ein neues Lager erreicht. Gucken wir mal, wie es aussieht. Oh, wir haben eine neue Fähigkeit mit drin hier. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Ja, wer weiß, vielleicht war das hier bekannt. Es ist klar, dass wir Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Ja, das ist hier die Frage. Okay, wir haben einen neuen Fähigkeitenpunkt. Gucken wir mal gleich, wofür wir den nutzen. Überleben. Oder? Ähm, Moment. Ja, Jäger. Okay, was haben wir hier? Das haben wir schon. Munitionskapazität. Setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein, können Sie mehr Munition transportieren. Auch Pfeile? Ja, ne? Gehört ja auch mit zur Munition. Und mehr können wir hier nicht. Dann gucken wir mal jetzt noch beim, beim, oh nein, das war zu weit. Hier bei Überleben. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmittelruhen. Truhen, nicht ruhen. Verbessertes Bergen. Durchsucht die Kisten und Truhen sorgfältig, um zusätzliches Bergungsgut zu erhalten. Knochensammler, plündern Sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten Sie zusätzliches Bergungsgut. Plünderung, finden Sie bei Toten fein versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu finden, Tiere und Nahrungsquellen auch zu spüren. Schwierig. Ich würde jetzt erstmal die Munitionskapazität nehmen, einfach damit wir auch mehr Pfeile tragen können. Also ich vermute mal, dass das mir zu den Pfeilen gehört, dass wir da dann direkt auch mehr tragen können. Na, gucken wir mal. Weiter geht's. Okay. Ab durch die Mitte. Verbeudete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Ja. Das sieht sehr rätselhaft hier aus. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Ja, das ist, wer weiß, ne? Also, vielleicht ist es auch alles erst danach passiert. So, wir müssen jetzt hier mal, wir müssen da rüber. Wo müssen wir, da oben müssen wir hin. Moment, ich habe so eine Befürchtung, aber, ach, jetzt sind wir ja hier unten. Ich befürchte, dass wir dort diese, ich sag mal, Leichensäcke jetzt dazu einfach anzünden müssen. Dafür brauchen wir Feuer. Okay, das kriegen wir hier nicht, also müssen wir erst da rüber und unsere Fackel anzünden und dann die Leichensäcke hier anbrennen, würde ich mal meinen. Ich mach's einfach mal. Wir werden ja sehen, was passiert. Na, den auch? Geht nicht. Dann Lara im K... Hä? So, jetzt, okay. So. Jetzt ist hier das Gegengewicht auf jeden Fall erstmal weg und dann hatten wir hier noch eine Kiste, genau. Ich glaube, die müssen wir runterschubsen, oder? Ja, so ein bisschen danach aus. Jo. Kommen wir da so jetzt ran? Wir probieren's einfach. Oh ja, das klappt gut. Ah, okay, und jetzt hier... So, alles klar. Und das funktioniert doch super. Ist auch gar nicht so schwer. Und wir haben neue Erfahrungspunkte dazugehoren. Oh, die Musik ist gerade sehr englisch. Zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. Oh. 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 Einfach mal rin gedutscht. Grab durchsucht. Grab der Unwürdigen gemeistert. Ein Fähigkeitenpunkt. Okay, wir haben einen neuen Fähigkeitenpunkt. Bergdorf. Reliquienkarte belohnt. Metabulator. Hä? Das ist manchmal so schnell, man kommt gar nicht mehr im Lesen daher. Erklimmen sie den Wasserfall. Bringen sie den Sender zu... Achso, ja gut. Das sind die Aufgaben, die wir noch machen müssen. Aber wir haben jetzt eine Karte bekommen, soweit ich das richtig verstanden habe. Ah, hier mit diesen Reliquien halt. Die werden hier jetzt angezeigt, wo sich was verbirgt. Würde ich jetzt mal so annehmen, dass das damit gemeint ist. Okay, dann sind wir hier fertig und müssen vermutlich zurück. Aber wir können doch mal ans Lager, denn wir haben ja einen neuen Fähigkeitenpunkt bekommen. Und mit dem werden wir jetzt bei Überleben hier irgendwas machen. Aber was? Verbessertes Bern? Ja, wir nehmen erstmal dieses verbesserte Bern, weil, wie gesagt, Bergsbrut brauchen wir immer. Wir haben hier auch schon wieder ein paar Teile bekommen. So, Verstärken. Das ist bereits ausgerüstet. Salvenmodus, was auch immer das ist. Gewährt einen Feuermodus mit drei Schusssalven. Was auch immer das heißt. Halten sie mittlere Maustaste gedrückt, um den Modus zu aktivieren. Oh je, nee, ist mir schon wieder viel zu kompliziert. Erweitertes Magazin, ein größeres Magazin, das zehn Kugeln fasst. Okay. Belüfteter Schlitten, ein Rückstoßkompensierung, eine Rückstoßkompensierung, die die Präzision und den Schaden erhöht. Das hier können wir nämlich. Schnellfeuermodus, Modifikation am Abzug erhöhen die Schussfrequenz. Aber ich bin ehrlich gesagt am Überlegen, ob wir das mit dem Bogen erstmal fertig machen, ne? Weil ich, ja doch, das machen wir, weil ich den einfach auch am meisten benutze. Also, von daher, denke ich, ist das auch am sinnvollsten. Okay, dann wieder hier raus. Dann müssen wir auf jeden Fall noch hoch zum Funkturm. Solara wird sich wahrscheinlich wieder, ja, ihre Fackel anziehen, genau. Denn es wird dunkel. Das ganze Spiel ist so episch, das ist so geil. Okay. Ja gut, aber da hatten wir ja eben schon geguckt, hier mit dem Tabulator. Aber hier ist so ein Schatz markiert. Ist das über uns, oder? Also, hier kann ich mir das nicht vorstellen. Hier hatten wir ja vorhin schon geguckt, als wir reingekommen sind. Vielleicht über uns? Wir werden einfach mal nachschauen. Oder unter uns, das kann ja auch gewöhnlich sein. Wer weiß, wer weiß. So. Okay. Ich nehme an, dass wir hier unten weiter müssen. Da hoch vielleicht. Aber wie? Oh. Ah, da drüben können wir auf jeden Fall weiter klettern. Gut. Das ist ja auch hier der Wasserfall, der wahrscheinlich gemeint ist mit... Also, dass wir den halt erklimmen sollen. Erwartet uns hier noch was? Ich meine, es bleibt bestimmt nicht mehr... Ah, halt dich fest. Lange so ruhig. Können wir mal gucken. Ich bin immer vor... Ah. Da ist eine. Nein. Nichts. Hier oben ist niemand. So weit raus schafft es niemand. Sollen wir zum Bunker zurückgehen? Nein, wir machen den Sturm ab. Alles klar. Aha, die haben hier sogar einen richtigen Bunker. Gehen wir. Gehen wir rein. Am liebsten würde ich erstmal den hier drüben. Das ist eine gute Idee. Wir haben Zeit. Ach, schießen wir, war nämlich alleine. Oh, nee, ne. Oh, nee, ne. Oh, nee, ne. Oh, verdammt. Ja, ich spiele das Spiel halt, wie gesagt, auf schwer, ne. Ich glaube, da brauche ich nur zwei, drei Treffer und ich bin tot. Okay, aber wir probieren es einfach nochmal. Das Blöde war halt, halte ich fest, dass der sich da so drin versteckt hat in diesem, ja, Häuschen. Nein, nein, das war die falsche Waffe verflugte Scheiße. Oh, nein, nein. Oh, verdammt, 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 verdammt. Komm, Wasser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich hier, was mache ich hier, was mache ich hier. Na, mal hoch, dann. Weiß nicht, wo der andere ist. Ich spring einfach mal hier rüber. Da ist er. Wo ist er hin? Hinter mir brennt's. Komm schon. Scheiße. Ach Mist, der ist weiter unten. Okay, Moment. Haha. So, ich lade mal eben nach. Was, kommen wir noch mehr? Nee. Okay. Ups. Mann, das war jetzt wieder eine Situation. Aber wie gesagt, ja, ich spiel das auch schwer. Ich glaub, als ich's damals auf normal gespielt hab, also ich glaub, ich hab's damals auf normal gespielt, sicher bin ich mir nicht mehr. Ich bin der Meinung, es ist so gewesen, da war's wesentlich einfacher, da konnte ich öfter getroffen werden. Ja, na, mal gucken. Ist ja schon ne Weile her, ne? So, alles plündern, hier haben wir ein Tagebuch. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte es schwieriger werden als erwartet. Okay, das ist eine alte Schriftrolle. Der Botschafter hat ein Geheimnis gelüftet, das mit der Sonnenkönigin zu tun hat. Es scheint, als hätte sie eine Art übernatürliche Macht über ihr Volk gehabt. Ja, wer weiß, was sie für eine war, ne? Also man weiß ja jetzt nicht genau, was hatte sie drauf, was konnte sie, was konnte sie nicht. Ähm, ja, hatte sie irgendwelche speziellen Kräfte oder irgendetwas? Wer weiß. Aber ich denke, wir kriegen das alles noch raus. Moment, wenn ich hier hinspringe, kann ich da... Ach nee, ich brauche dafür erst wieder Feuer. Moment, kann ich hier nicht irgendwie meine Fackeln anzünden? Nee, gar nicht, das ist ja blöd. Na gut, dann kraxeln wir hier erstmal weiter. Da oben liegt auf jeden Fall noch irgendwas. So, wir könnten dort hoch. Vielleicht kommen wir ja von hier aus noch höher ins Haus heilen. Ja, hier ist noch irgendwas, okay. Hopp. Okay, hier liegt noch was. So ein, wieder so ein Artefakt. Eine Art Mörser und Stösel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Okay, ich kann es wieder untersuchen. Scheinbar ist nichts zu finden. Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Ja, das hoffe ich auch. Okay, wir haben doch was gefunden. Manchmal muss man richtig drehen und wenden, damit sie was findet. Ah, das finde ich halt auch nicht schlecht. So können wir hier nicht irgendwo unsere Fackeln anzünden? Nee, gar nicht. Schade, schade. Kommen wir da noch höher? Das? Kann ich da noch hochklettern? Nee, ne? Nee. Doch, 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 es geht. Oh, was ist denn das? Eierwildere. Neue Herausforderung abschließend für EP. Ach, jetzt können wir auch noch Eier suchen. Wie viele brauchen wir da? Fünf. Alle hier oder was? Guckt man da drüben auf hin? Also wie gesagt, hier gibt es so viele Schluckwinkel und alles, wo man sich hinbewegen kann. Das ist so cool. So, hier springen wir mal rüber. So, die Statue können wir jetzt hier leider nicht anzünden, weil wir haben ja nun mal kein Feuer. Das ist auch wieder blöd. Ah, da drüben können wir. Das machen wir jetzt auch. Dann zünden wir unsere Fackel hier mal direkt. Dann können wir hier das Berg, das tut auf jeden Fall, mitnehmen. Da unten, da liegt ein Geocatches oder sowas, denke ich mal. Ja. Ich glaube, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht ins Wasser springe oder so. Ich höre da irgendwas. Was ist das? Nein! Oh, Puh. Ah, gut. Wollt ihr das auch? Ja, spring mal da hoch, Mensch. Ich habe keine Ahnung. Das wäre auch cool gewesen. Dann hätten wir vielleicht einfach nur auf diese Lampe hier schießen müssen und dann hätte die vielleicht Feuer gemacht. Oh, wie praktisch wäre das dann gewesen, ja? Aber jetzt ist meine Fackel wieder aus. Ich dödel. Jetzt ist das Tum gestorben. Das hätten wir ganz einfach vorn machen können hier. Einfach, dann wären die tot gewesen. Nee, da kommen wir nicht hoch. Ach, nee, du. Ach, ja. So. Nehmen wir mal das hier hoch da. Und dann gehen wir nochmal die Fackel entzünden, würde ich sagen, damit wir hier die Startung noch anzünden können und uns das Bergungsgut hier drüben holen. Und dann gehen wir vielleicht auch diesen Weg hier ganz einfach zurück, oder? So, okay. Kann sie denn so hoch springen? Moment, wir machen es anders. Ich springe von hier aus. So. Jetzt müssen wir hier rüber. Dann machen wir das hier an. Dann haben wir schon mal zwei von zehn. Oh, zehn. Ernsthaft? Und dann, äh, darüber. Dann war hier doch noch irgendwo Bergungsgrund. Hier unten, ne? Ja. Okay. So. Sehr schön. Na Mensch, ist doch alles machbar hier. Wunderbar. Wir müssen nichts zurücklassen. Aber gut, ihr Lieben, das war es dann jetzt auch erstmal wieder für diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich würde mich über eure Kommentare freuen. Und wir sehen uns ja dann wieder, wenn wir weiter, ja, hier so schön hochkraxeln, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.